So, der Boost-Kanal mal wieder mit einem neuen Video. Heute wieder mit Star Wars. Aus dem Grund, da uns die Karten einfach gut gefallen. Und ja, wieder zwei Booster. Dann fange ich gleich mal an. Habe ich hier einmal ein Puzzleteil. Einmal der Head. Oder Jabba, der Hut. Habe ich hier einmal C-3PO. Trooper. Und meine Where's eine Star-Karte, Tamsun. Okay, komme ich zum zweiten. Einmal ein Puzzleteil. Einmal Korboren. Einmal ein Stadion. Sky-Top-Stadion. Nochmal ein Puzzleteil. Und meine Where's einmal Fisto-Star-Karte. Zwei Booster. Zwei Star-Karten. Ist in Ordnung. Eine Vier-Sterne-Karte. Leider nur eine Drei-Sterne-Karte. Sollte nur ein kurzes, knappes Video werden. Und dann wollte ich noch sagen, es gibt wahrscheinlich, da wir jetzt über 300 Abonnenten haben. Ich glaube sogar schon 320. Und dann gibt es am Sonntag, also dieses Wochenende oder spätestens Montag, Dienstag ein 300-Abo-Special-Video. Natürlich nur, wenn ihr das wollt, könnt ihr uns gerne Bescheid geben, indem man einen Kommentar schreibt, ob ihr denn ein 300-Abo-Special haben wollt. Ähm, ja. Das war's dann auch schon. Trotzdem noch bitte fleißig abonnieren. Und ja, dann schreibt mal drunter, ob ihr das haben wollt. Und ja, dann, ich denke mal, wird auf jeden Fall eins kommen. Dieses Wochenende, spätestens Montag, Dienstag, kommt dann das etwas spätere 300-Abo-Special. Ja. Noch einen schönen Tag, euer Bußkanal.